Sicherheit unter dem blauen Schirm. Liebe Kerstin, herzlich willkommen in der neuen Geschäftsstelle Neumarkt. Ja, vielen Dank für deine Einladung, lieber Heiko. Ich bin echt froh, dass ich hier sein darf. Bin auch schon sehr gespannt. Wir haben uns jetzt ganz lange Gedanken gemacht, wie denn die Geschäftsstelle der Zukunft eigentlich aussehen soll. Die Kundenbedürfnisse haben sich in den letzten Jahren ein Stück weit geändert an die Beratung, die Mitarbeiterbedürfnisse an ihren Arbeitsplatz und im Konzern haben wir SmartWorking eingeführt. Und vor dem Hintergrund dieser Veränderung ist das Konzept entstanden, angefangen über die Außenkennzeichnung, über die Schaufenstergestaltung bis zur Innenausstattung und Möblierung. Und ihr hier in Neumarkt, du mit deinem Team seid wirklich die Ersten, die das jetzt umsetzt. Deswegen bin ich echt gespannt, wie es aussieht und sag mal, wo stehen wir denn eigentlich hier? Ja, wir stehen hier am Kundenempfang. Das ist der zentrale Anlaufpunkt. Und hier begrüßen wir unsere Kunden unter dem blauen Schutzschirm und führen sie dann weiter in die jeweilige Beratungssituation. Sag mal, Heiko, was hat denn eigentlich der Kunde von dem neuen Konzept? Ja, je nach Anliegen wird er entweder hier im Beratungssofa oder, wie wir später sehen werden, in einem Beratungszimmer beraten. Ach, guck mal, die Locker kenne ich aus München. Was bedeutet denn eigentlich das Thema Smart Working für die Mitarbeitenden? Ja, die Mitarbeitenden können hier ihre privaten Sachen einschließen, da sie ja an unterschiedlichen Arbeitsplätzen tätig sind. Der Tagesdienst findet im Empfangsbereich statt und das konzentrierte Arbeiten dann in den jeweiligen Zimmern. Und wie sieht dein Fazit aus, Heiko? Ja, eine tolle Neuerung ist der neue Besprechungsraum. Den hatten wir vorher nämlich noch nicht. Für Meetings ist der super. Und insgesamt ist die Geschäftsstelle aus meiner Sicht total stimmig und schön geworden. Und wir freuen uns jetzt, in den neuen Räumlichkeiten arbeiten zu können. Ja, ich bin auch total begeistert, was ich hier alles gesehen habe. Und danke nochmal für deine Führung. Und jetzt wünsche ich dir und deinem Team viel Spaß in den neuen Räumlichkeiten und vor allen Dingen gute Geschäfte. Vielen Dank. Und an alle die, die demnächst umziehen oder renovieren müssen, freut euch schon mal auf das neue Konzept. Weil Beschützen unsere Leidenschaft ist. Seit über 200 Jahren. Versicherungskammer Bayern von König Max erschaffen.